Faszinierend. Faszinierend. Ist das der Eingang nach Gitesch? Werden wir sehen. Erstmal hier entlang. Muternach klettern wir wieder hoch, so wie es aussieht. Ah, gut. Nutzen wir so lange den leichten Weg nach unten. Das ist unglaublich. Weg der Unsterblichen. Mal sehen, wie das funktioniert. So auf jeden Fall schon mal nicht. Ich glaube, wir können da rüberspringen und dann irgendwie ein paar Sachen drücken. Okay. Obwohl. Moment. Moment. Zero hat eine Idee. Okay. Hat nicht funktioniert. Sehr gut. Vielleicht sollten wir das Ding erstmal untersuchen, bevor wir dann irgendwie was machen. Ah, ich soll da hin. Sieht aus, als könnte ich das an seinen Platz ziehen. Dann wollen wir rüberkommen. So. So. Bist du mal. Geschafft. Da sind keine Schnüre dran. Und da ist eine Schnüre dran. Und da ist eine Schnüre dran. Und da ist eine Schnüre dran. Gucken wir mal, ob wir irgendwas damit erreicht haben. Springen wir jetzt da rauf? Nee, das bringt gar keinen Sinn. Ich glaube, wir müssen da einfach noch zweimal dran ziehen. Oder einmal. Ja, einmal. Und wir nehmen mich auf die andere Seite. Gucken wir uns das Ganze mal an. Dann kommen wir auf die Seite. So. Dann müssen wir allerdings. den hier noch einmal ziehen. Übrigens, macht euch keine Sorgen. Wir werden, selbst wenn wir das Spiel zu Ende gespielt haben, auf jeden Fall noch die Gräber machen. Gemeinsam mit den Rätseln. Von daher werdet ihr da nichts verpassen. Und zack. Das ist aber auch eine Punktlandung gewesen. Oh, Junge, Junge, Junge. So. Ah, siehst du, Marto, funktioniert. Nur ein bisschen nachdenken und schon kriegt man das gebacken. Ziehen, drücken. Merke über die Konstruktion. Wir können das ziehen. Aber nicht mehr so weit raus wie vorher. Oder drücken. Naja, gut. Wir lassen das jetzt mal bleiben. Dann spring da einfach mal rüber. Ich glaube, wir müssen die beiden Sachen einziehen. Ich bin mir da nicht so sicher. Aber wir versuchen es einfach mal. Jakobs Volk war seiner Zeit voraus. Pass auf, wo du hintrittst, Lara. Okay, das Ganze bewegt sich jetzt. Jetzt muss ich es bis ganz nach oben schaffen. Jetzt muss das Timing stimmen. Oh Gott. Oh, das kann ja was werden. Okay. Schnell rüber. Timing. Ich hasse Timing. Hab ich euch das schon mal erzählt? Okay, wir müssen da definitiv hoch. Hätten wir auch von der anderen Seite machen können, ne? Na ja, jetzt ist zu spät. So. Und von der Seite können wir auch aus nichts machen. Wir müssen warten, dass wir uns drehen. Oh Gott. Oh Gott. Geht durch, Lara. Jetzt. Oh Gott. Okay, und jetzt? Ah, ich seh's. Ich seh's. Ich hoffe, ich seh's. Ah. Das war richtig. Ich glaube, ich muss von links. Von links. Nein. Von hier aus war richtig. Und jetzt? Ah, ist ja gut. Ich hab's geschafft. Junge, Junge, Junge. Nein. Mein Kodex über die fortschrittliche Bogenschusstechnik aus Byzanz. Klassische Ausbildung. Öl, die Anzahl der Pfeile, die ohne nachziehen, aus dem Köcher schnell hintereinander abgefeuert werden können. Auf drei. Ah, cool. Die meisten Fähigkeiten haben wir in die eingesetzt, aber hey. So ist das Spiel. Nein. Ah, nein. Ah. Ich hab's schon gesehen. Ich hab's schon gesehen, Freunde. Ah, ja. So. Okay. Mein Pfeil, äh, hat nicht gezählt. Aber wir können die Pfeile direkt ansteuern. Ach so, das wusste ich gar nicht. Wie weit sie springen kann, das ist ja unglaublich. Shit. Dann hängen wir da eins ran. Und dann hängen wir da eins ran. Dann hängen wir da eins ran. Dann hängen wir da eins ran. Danke schön. Und dann hängen wir da eins ran. Glocken. Die alte Stadt ist nah. Lara, wir sind auf dem Berg über dem Gletscher. Kannst du Trinity sehen? Ja. Sie beginnen mit ihrer Operation. Ich betrete jetzt die alte Stadt. Hör zu, Sophia. Greif dich zu früh an. Wir werden noch warten. Ich kontaktiere dich bald wieder. Ja, wünsche Glück, Sophia. Wir werden wohl bald die Entstepplichen kennenlernen. Ich dachte, ich wäre tot. Die Kälte nagte an mir. Ich wurde schwach. Selbst als ich die Leute des Propheten auf dem Kamm eines seltsamen grünen Tales lagern sah. Schritt für Schritt, mit gezogenem Schwert, trottete ich weiter. Ich wollte angreifen, einen Kampfschrei ausstoßen. Als ich bewusstlos wurde und in den Armen der Ketzer zusammenbrach. Sie wissen, wer ich bin. Sie haben Trinity erwartet. Sie haben nicht viel, aber sie ernährten und wärmten mich, bis ich wieder gehen konnte. Der Prophet sagte, ich könne jederzeit gehen. Tja, da wurde der Jäger, der dem Propheten hinterhergelaufen ist, um ihn zu töten. Und dann, äh, anscheinend, ja, quasi, was sagt man dazu? Dem, dem, dem Tiger, dem Dorn aus der Pfote gezogen. So könnte man das am besten ausdrücken. Quasi gezähmt. So, wo wollen wir hin? Achso, wir können da direkt hochgehen, das ist gut. Ja, das ist gut. Oh Gott. Hier sind viele. Jetzt hier runter oder was? Oh, ich soll da zur Seite springen, ja? Ne. Kann ja noch was werden. Laufen genau in die Richtung, wo sie langlaufen. Ja, Handschuhe wären nicht schlecht gewesen. Okay. Unsere Kletterausrüstung ist jetzt weg. Ne, wir haben sie noch. Oh, Junge, Junge, Junge. Wo bin ich jetzt? Zurück ist wohl nicht mehr, ne? Da oben könnte noch ein Lagerfeuer sein. Das nehmen wir natürlich mit. Ne, können wir gar nicht. Ach, du heilige Scheiße. Wie viele? Wie viele? Lass die mich nicht sehen. Ich würde gerne jetzt einen Pfeil und Bogen rausholen und mal da hinschießen, um zu gucken, wie die reagieren. Aber ich kann derzeit nicht schießen. Haben die gut durchdacht. So, haben wir schon mal ein Safepoint. Keine Fähigkeitspunkte. Aber wenigstens ein Upgrade für unsere Pistole. Oder wir gucken erst mal nach dem hier. Oh, da kriegen wir sogar ein Update. Nachladungsschwindigkeit noch höher. Sauber. Gefällt mir. 31 Worte. Ach du Scheiße, hast du mich hier nicht sehen? Ich kann nicht zurück. Ich wäre am liebsten jetzt zurückgegangen, hätte man einen Pfeil hingeschossen. Es sind so viele. Was du nicht sagst, Lera. Das sehe ich selber und sie haben eine schwere Bewaffnung. Lass die überhaupt hier rüberkommen. Guckt euch die Brücke an. Die Brücke bricht doch immer mit auseinander. Verdammt, was haben die nicht gehört. Ich bin ein bisschen geisteskrank, wie weiß. Ich will das die mich hören. Noch ein Basislager. Jetzt geht es hier aber rund, Alter. Jetzt geht es hier rund. Keine Worte von dir? Laufen wir erst mal hier lang, bevor wir da irgendwas entdecken. Das kann man nämlich gebrauchen. Ach, nichts drin. Auch nichts drin. Gibt es nur da auch etwas drin, aber wir haben zu viel davon. Sehr gut. Klasse. Oh, oh. Die Hand. Die Hand. Sie sind ganz nah. Sie sind ganz, ganz nah. Na, schau. Dann gehen wir hier halt hoch. Diese paar Millimeter. Oh. Oh, oh. Die sind nicht unsterblich. Die sind krass stark hier, aber die sind nicht unsterblich. Oh, so ist das doch in Ordnung. Oh, kletisches Feuer. Hallo. Fuck. Holy shit, die sind stark. Boah, jetzt. Wie ging das mit Ausweichen? Egal, hier, komm. Ach, der Scheiße. Halt einfach noch mehr aus. Was, Konstantin? Wäre gerade Konstantin gesagt. Vor allem, ich kriege Munition von denen. Wie banal ist denn das? Soll man auch das griechische Feuer benutzen, bitte sehr. Könnt ihr einen auf einen zurennen, wie so ein Kranker. Jetzt gibt es hier so dämliche Schildreger auch noch, ne? Hey. Wann ich jetzt nicht so nett? Verwegen unsterblich, ey. Pff. So ein Witz ist das. Aber ich hol mein Schrot raus. Ich glaub, die war am besten. Wobei, die Brandpfeile sind wahrscheinlich auch nicht schlecht. Na, die Waffe bringt's auch. Komm schon, ich will nur den Kopf treffen. Ich mein, die sind cool gemacht. Muss man echt sagen, aber nicht unsterblich. Da fahren sich die aus dem alten Teil, diese krassen Leute, diese riesigen, fand ich einiges cooler. Das sind halt wie normale Gegner, die ein bisschen mehr einstecken. Wo ich zwei Schuss verbrauche. Gibt's hier irgendwas für mich? Ah, ich kann mich heilen, ja. Wow. Na gut, lass uns weitergehen. Akine, Skottarstattin! Konstantin, ich weiß schon. Ja, den suche ich auch. Oh. Ins Feuer mit dir! Ja, das wär easy. Da kann ich brennen. Was sind wir denn hier? Was sind wir denn hier? Halt! Kameras voll. Was? Wo? Oh, jetzt bist du hier. Oh, oh, was passiert jetzt? Äh. Also, ich will ja nicht sagen, aber, ähm, wenn ich es so leicht habe gegen die, wieso konnten dann Konstantins Männer nichts gegen die ausrichten? Das ist hier die Frage. Herr, ich will ja nicht. Nein. Trinity hat schon zweimal große Männer zum Vaters Propheten entsandt und beide sind verschwunden. Er trug die göttliche Quelle hinaus aus dem Reich, aber sie gehörte nicht ihm. Diese Blasphemie besudelt alles, solange seine Nachkommen leben, also muss Trinity es noch einmal versuchen. Ich tat gottlose Dinge, versündigte mich an Unschuldigen, nur um hierher zu kommen und die göttliche Quelle zu bergen. Ich weiß, Gott vergibt mir, denn mein Tun dient einem höheren Zweck. Jetzt ist das Ende in Sicht. Ich muss nur diesen letzten Kampf überleben und Trinities Arbeit ist getan. Und wer war das jetzt? Das ist ziemlich merkwürdig. Es weist skytische Züge auf, aber es sieht aus wie ein... Nein, unmöglich. Wie ein was? Ach, ist doch nicht so spannend. Ich hab keine Ahnung, geheimnisvolle Figur. Die frühen Bewohner. Keine Ahnung, Inder? Ich hab keine Ahnung, was... Mann, Lyra, du bist scheiße, ganz ehrlich. Anstatt mal hier Tacheles zu reden, nein. Sag's mir nicht. Vielleicht wussten das die Entwickler selber nicht. General, wir haben in der Nacht Seltsames beobachtet. Unser Lager liegt oberhalb von Kitesch und die Stadt bereitet sich auf den Angriff vor. Sie glauben immer noch, dass der Angriff aus den Bergen erfolgen wird und werden unserem Ansturm von der anderen Talseite nicht erwarten. Aber ich muss berichten, dass am Turm im Herzen der Stadt etwas Unheimliches vor sich ging. Wir beobachteten, wie hunderte gepanzerte Soldaten ihn erklommen und anschließend ein Licht den Himmel spaltete. Das Geräusch erschütterte mich zutiefst. Es klang wie eine Armee hungriger Geister. Dann stiegen die Männer wieder hinab. Ich weiß nicht, was die Spitze dieses Turmes bereithält. Wir dachten, es seien Schätze. Aber es ist wohl etwas völlig anderes. Ja. Das sind die Invasoren von damals, merke ich gerade. Äh, die haben ja schon mal angegriffen, ne? Das ist das Ding. Na gut. Was soll ich mit dir machen? Ah, du bist schon. So komme ich da nicht höher. Nicht. Ich bin einen anderen Weg. Diesen hier. So, dann schauen wir nochmal auf die Karte. Habe ich überhaupt etwas vergessen? Ja, hier am Anfang komme ich aber easy hin, weil da nämlich ein Basislacker ist. Und hier kommen wir wahrscheinlich nie wieder hin. Ab dieser Stelle. Deswegen möchte ich hier gerne alles einsammeln mit euch. Das ist ja alles, was uns angezeigt wird. Gut. Ja, cool. Gut, wir fliegen ja gerne aufs Maul. Oh. Hi. Was ist denn, du Pilze? Das wäre ein Unsterblicher gewesen. So was hätte ich gerne gekämpft. So wie beim alten Teil auch. Da waren auch so eine riesigen, mythischen Figuren. Die Kammer der Seelen. Die göttliche Quelle muss dort sein. Der Weg zum Stadtzentrum führt anscheinend durch dieses Tor. Die gefrorene Stadt. Einen Willigkeitspunkt zu verteilen und den setzen wir dann halt... Schockmedizin, komm. Was haben wir hier? Ach cool, wir können die Waffe nochmal verbessern. Sauber. Präzision, ja. Geht nur noch das hier. Da fehlt uns noch sehr viel für. Schade. Nun denn. Wollen wir mal, ne? Gut, Freunde. Und ich würde sagen, mit diesem Ausblick auf die Stadt, die wir jetzt schon seit... ...mehreren Folgen, seit einem Monat suchen, werden wir die Folge wenden. Und wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Haut rein. Euer Zero. Tschüss. 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 Tschüss.